Die Stunde der Inseltöchter Prolog Schwestern Was machen wir jetzt? Wir haben hier nichts zu suchen. Ich zupfte meiner Schwester am Rock, um sie vom Fenster wegzuziehen. Wenn wir erwischt werden, kriegen wir einen Riesenärger. Ich hatte nicht vor, hier abzuwarten, bis es tatsächlich passierte. Wenn meine Schwester wie jetzt stoßweise atmete, kündigte das meist einen Heulkrampf an. Ein letztes Mal zerrte ich an ihr, bis ich mich dann auf alle Viere fallen ließ. Dankbar für den Schutz der Dunkelheit huschte ich auf dem Weg, den wir gekommen waren, zurück. Ich wollte aufstehen und wegrennen, aber dann hätte man uns gesehen, also blieb ich unten und kroch vorwärts. Es war ein langer, heißer Sommer gewesen und die Erde war trocken und voller Risse. Erst als ich kühle Tropfen auf meinen Handrücken spürte, bemerkte ich, dass ich weinte. Kleine Steinchen bohrten sich mir in die Handflächen und Knie und ich biss die Zähne zusammen, um einen Schmerzenslaut zu unterdrücken. Ich streifte die wildwuchernden Heckenkirschen, deren lieblicher Duft mich beinahe würgen ließ. Was wir gesehen hatten, war alles andere als lieblich gewesen und ich wusste, wenn ich erwachsen war und ein eigenes Haus hatte, würde ich niemals Heckenkirschen im Garten anpflanzen. Hinter mir raschelte etwas. Ich hoffte, dass es meine Schwester war und nicht irgendein Nachtwesen mit scharfen Zähnen und großem Appetit. Ich konnte das Tor nicht erkennen, aber ich wusste, dass es da war. Hinter der Gartenpforte befand sich der Fußweg. Wenn wir es bis dahin schafften, wären wir durch die hohe Hecke geschützt. Ich hörte das Blut in meinen Adern rauschen, die Wellen, die sich am Ufer brachen. Sie klangen dichter als gewöhnlich, lauter, als wollten die Gezeiten uns helfen, die Geräusche unserer Flucht zu übertönen. Der salzige Wind trocknete meine feuchten Wangen und kühlte meine Fieber heiße Haut. Schließlich erreichte ich das Tor und schlüpfte durch die Lücke. Ich ignorierte die Zweige, die sich in meinen Rücken bohrten. Dort, direkt vor mir, lag der Fußweg. Wenn meine Knie nicht sowieso schon geblutet hätten, wäre ich auf die Knie gefallen und hätte den Boden geküsst. Unsere Fahrräder lehnten an der Hecke, wo wir sie stehen gelassen hatten. Ich wollte meins schnappen und ohne mich umzusehen so schnell wie möglich in die Nacht hinausfahren. Doch auf keinen Fall würde ich meine Schwester zurücklassen. Ich würde meine Schwester niemals zurücklassen. Wieder raschelte es, ehe sie durch das Tor kam, das Haar zerzaust nach der hektischen Flucht durch den verwilderten Garten. Jetzt, da unsere Rettung in greifbarer Nähe war, siegte der Zorn über meine Angst. Es war deine Idee, hierher zu kommen. Die Wut, die sich in mir aufgestaut hatte, schnürte mir fast die Kehle zu. Warum tust du immer das, was du nicht darfst? Weil das, was ich nicht tun darf, immer mehr Spaß zu machen scheint. Das Beben in ihrer Stimme erinnerte mich daran, dass dies alles andere als ein Spaß gewesen war. Ich spürte, wie sie ihre Hand in meine schob und vergab ihr sofort. Einen Moment standen wir so da und suchten Trost beieinander. Meine Schwester drückte sich enger an mich. Wenn ich mir eine Schwester hätte aussuchen können, ich hätte dich gewählt. Ich hätte sie ebenso gewählt. Auch wenn ich mir in dem Moment wünschte, ihrer Abenteuerlust wären Grenzen gesetzt. Ich wünschte, wir hätten das nicht gesehen. Ich auch. Ausnahmsweise klang meine Schwester kleinlaut. Wir dürfen es nie jemandem erzählen. Erinnerst du dich, was mit Meredith passiert ist? Natürlich erinnerte ich mich. Meredith sollte uns eine Warnung sein. Ich hasse es, Geheimnisse zu haben. Es ist ein kleines Geheimnis. Das ist alles. Kleine Geheimnisse sind erlaubt. Ich schluckte. Mein Hals war so trocken, dass er schmerzte. Wir wussten beide, dass dies ein viel größeres Geheimnis war als alle anderen, die wir hatten. Hierbei ging es nicht darum, nach Einbruch der Dunkelheit an den Strand zu schleichen, aus dem Garten von Mrs. Hill Blumen zu pflücken oder Mrs. Maxwells Erdbeerenbeet zu plündern. Das hier war etwas anderes. Was wir gesehen hatten, wog so schwer, dass es mich beinahe erdrückte. Tief im Innersten fühlte ich mich dazu gezwungen, es zu erzählen. Aber wenn wir das taten, würde das alles verändern. Wir hatten an jenem Fenster unsere Kindheit zurückgelassen und es gab keine Möglichkeit, sie zurückzuholen. Ich werde nichts sagen. Ich werde dich beschützen. Wir sind Schwestern. Schwestern halten immer zusammen. Ich habe es versprochen. Natürlich hatten die meisten Menschen, die so etwas versprachen, nicht so eine Schwester wie ich. Erster Teil Lauren Vorahnung Das starke Gefühl, dass etwas geschehen wird, insbesondere etwas Unangenehmes. Man konnte für das, was geschah, nicht die Party verantwortlich machen. Auch wenn Lauren sich später wünschte, sie hätte nicht so einen Aufwand dafür betrieben. Wenn sie nicht so sehr mit all den kleinen Einzelheiten beschäftigt gewesen wäre, hätte sie vielleicht bemerkt, dass etwas nicht stimmte. Hätte sie das? Um zu bemerken, dass etwas nicht stimmt, muss man genau hinsehen, und sie hatte nicht hingesehen. Sie hatte sich auf den Moment und den Trubel des großen Tages konzentriert. Und der Tag hatte früh begonnen. Noch bevor der Wecker klingelte, wachte sie auf, drehte sich zu Ed und küsste ihn. Herzlichen Glückwunsch! Sollte sie das Wort 40 aussprechen? Wie ging es ihm damit? Wie ging es ihr damit? Ihr blieben noch fünf Jahre bis zu dieser Zahl, was ihr lang genug erschien, um sich noch keine Sorgen darüber zu machen. Und 40 war schließlich nicht alt, oder? Vielleicht stimmte das, doch als sie am Tag zuvor den Geburtstagskuchen in Empfang genommen und die 40 Kerzen gesehen hatte, die nur noch darauf gesteckt werden mussten, war ihr einziger Gedanke gewesen, der Kuchen könnte womöglich zu klein sein. Ed döste noch im Halbschlaf, also blieb Lauren einen Moment lang still liegen, umhüllt von der friedlichen Ruhe ihres Schlafzimmers. Als sie eingezogen waren, hatten sie diesen Raum zuerst eingerichtet. Sie hatte ihn als Zufluchtsort gestaltet, eine harmonische Oase aus Weiß mit grauen und silbernen Akzenten. Im Sommer flutete das warme Sonnenlicht den Raum und sie schlief bei offenem Fenster, um die Vögel hören zu können. Jetzt im Januar, da in London eine eisige Kälte herrschte, hatte sie die Fenster fest verschlossen. Ihr Haus, das in einer exklusiven und sehr gefragten, halbmondförmigen Häuserreihe im angesagten Notting Hill lag, grenzte zur Rückseite an Privatgärten. Schon seit ein paar Wochen waren die Bäume jeden Morgen von einer Frostschicht bedeckt. Wenn man das Fenster öffnete, traf einen die kalte Luft wie eine Ohrfeige, als wolle sie die Menschen davor warnen, die Gemütlichkeit ihres Heims zu verlassen. Lauren, die auf Marthas Vineyard aufgewachsen war, einer kleinen Insel vor der Küste von Massachusetts, konnte schlechtes Wetter nichts anhaben. Sie schob die Decke zurück und fuhr Ed mit den Fingern durchs Haar. Kein einziges graues Haar, falls es dich tröstet, du siehst keinen Tag älter aus als 60. Er reagierte nicht und sie beugte sich vor, um ihn erneut zu küssen. Ich mache nur Spaß, du siehst nicht mal wie 40 aus. Obwohl er in letzter Zeit zu bestimmten Tageszeiten, wenn das Sonnenlicht hell und hart war, tatsächlich älter aussah. Arbeitete er zu hart? Ed hatte schon immer lange gearbeitet, doch in letzter Zeit war er später und später nach Hause gekommen und er wirkte ungewöhnlich müde. Sie hatte vorsichtig angedeutet, ob er vielleicht einen Arzt aufsuchen sollte, doch er hatte alle Hinweise ignoriert. Es war leichter, ein Kleinkind davon zu überzeugen, Brokkoli zu essen, als Ed zu einem Arztbesuch zu überreden. Ein Blick auf ihr Handy verriet ihr, dass es schon nach sechs war und noch immer gab Ed kein Lebenszeichen von sich. Lauren stupste ihn sanft an. Ihr Tag war bis auf die Minute geplant und alles startete um exakt sechs Uhr fünfzehn. Sie hörte ein Stampfen auf der Treppe. Mac ist wach. Wie kann ein einziger Teenager nur einen Lärm wie eine ganze Elefantenherde veranstalten? Sie fragte sich, ob Mac ins Schlafzimmer kommen würde. Doch dann verklangen die Schritte und sie hörte die Küchentür zuschlagen. Warum schon?